Gibt es immer die drei Klassen oder kann man sich eine Klasse auswählen? Es gibt neun. Ach, es gibt neun Klassen, okay. Müsste ich sehen. Ja, es gibt Zauberer, Kämpfer und noch einen anderen. Ja, jetzt gibt es neun. So, du kannst nur in der Free-to-Play-Version kannst du nur einen Charakter haben. Okay. Steam-Reviews sind auch komplett dämlich. Was waren die denn? Naja, heulen einfach rum. Ja, die Free-to-Play-Version ist nicht so gut. Naja, halt wie ne Demo, ja. Wo ist das fucking Problem? Ich find's halt komisch, dass du halt diese komische Ingame-Währung verkaufen musst. Anstatt die einfach, keine Ahnung, sowas wie ein Steam-DLC oder sowas. Also, damit man sieht halt, okay. Das Spiel ist nicht vollständig. Also, wäre eigentlich auch sinnvoller gewesen, hätten die einfach ne Demo gemacht, die man spielen kann. Oder das Spiel einfach von vorne rein, keine Ahnung, 15 Euro kostet. Oder, keine Ahnung, 20, 30, keine Ahnung, wie viele die Steine da haben wollen. Also, ich nehm Schurken. Aha, ganz toll. Ich bin immer noch im Leidebildschirm. Ne, ich hab's geladen. Alex auch. Hä? Boah, warum hau ich so langsam zu? Warum haben wir... Boah, ich werd eingefahren, warte. Boah, die Grieche hilft mir wahr. Ja, du bist so fett. Geh doch zur Seite. Kann ich ihn nicht zaubern oder irgendwas? Ja, du hast ne Kuhn, ne E-Fähigkeit. Boah, das ist so gut wie hier, ist egal, ich hab' das Spiel so fett. Jo, ich hab' den Kuhn schon daumen. Ah! Das ist... Das war falsch. Aha! Was? Ja, warum haben wir keinen Waffen am Anfang, hä? Du musst eins drücken. Ja, das ist... Schön. Boah, das ist nicht laut. Boah, warum musst du die Viecher so schnnen? Ja, wir sind auch hier. Ja. Ja, genau. Immer, immer diese Leute mit ihren scheiß HDDs, Alter. Lassen ihre Freunde einfach sterben. Ich hab' keine HDD. Ja, doch klar, oder? Sie sind tot, oder? Direkt raus, oder was? Ja. War gut. Aber, so wie ich das verstanden hab', sind wir ja nicht die einzigen in Dungeons, also gibt's ja auch PvP, oder was? Ja, das ist PvE, PvP. Ach so. Okay, krass. Ja, okay. Na, wir kriegen ja schon die, die einfachen Gegner nicht hin. Naja, weil wir keine Waffen hatten. Da geht's nicht, dass ihr zwei Fähigkeiten habt. Wo gehen wir hin? Wo ist Friendly Fire? Ich glaub, es gibt kein Friendly Fire. Da gibt's ne Kiste? Da gibt's ne Kiste, ja. Oh, ich hab' irgendwas aktiviert. Mach mal auf. Mach mal auf. Beschütz mich mal, bitte. Oh, Schuhe. Jungs, beschütz mich. Jungen, ich hab' mich grad hingeknillt. Chill mal. So, äh, will jemand... Warte mal, wir haben einen Kämpfer, ne? Nichi? Ja, warte, ich muss mal kurz das Spiel ein bisschen heller machen. Ich seh' ihn, scheiß. Hier, nimm. Alex, du bist sowas wie ein Magier, ne? Äh, Zauberei oder Hexenmeister? Zauberer oder Hexenmeister bist du nicht? Ich bin Hexenmeister, Warlock, ja. Ja, dann hier. Wart. Äh, ja. Hier. Man sieht den Scheiß. Hä, I ist nicht Inventar, was ist das für ein Scheiß-Game? Tab, okay. Ja, okay. Ab, ist doch auch normal. Ja, ist auch okay, ja, ja. Kann einer von euch Bracelets, äh, benutzen? Ne, oder? Äh, ich... Das steht doch da, Michi. Wenn du... Wenn du auf das Item draufgehst, steht da, für welche Klasse es ist. Steht ja nicht. Ja, dann kannst du es doch selber benutzen. Dann gibst du mir... Dann halte ich es. Ja, benutze es doch, aber zieh es an. So, äh... Naja, ich kann es ja nicht anziehen. Egal, jetzt lass los, meine Klasse. Ich will das Spiel spielen. Hier wieder schon ein Bild. So. Das ist das Standbild. Zack. Alex? Wo bist du? Keine Ahnung, warte. Wieder schon ein Bild. Äh... So ist hier die Gute. Komm. Bist du hier nicht so nahmvisieren? Stimmt nicht. Hä? Oh, Alex. Junge. Was denn? Ja, es gibt Friendly Fire. Hä, du meinst vorhin, es gibt keins. Ja, okay. Das weißt du, wohin soll ich das wissen? Hä? Ich bin etwas für dich. Ja, dann dropp mal. Oder für einen Warlock. Ich bin kein Warlock. Ja, für dich oder einen Warlock. Alex ist doch ein Warlock, oder nicht? Ja, Alex ist mir egal. Komm. Das liegt doch in der Leiche. Ja? Ja, jetzt nicht mehr. Nein. Warum sagst du, du hast was für mich, du Appe? Sag doch, was ist in der Leiche. Hier ist noch eine Kiste. Ja, er hat was für dich gehabt. Beschützt. Komm mal zu mir jetzt. Was macht ihr denn? Mach rein jetzt. Wie gesagt, er kommt da gestellt. Beschütz mich mal. Hier ist noch eine Kiste. Oh, da läuft jemand. Ah, okay. Oh, es gibt... Achso. Hier gibt es auch eine Ärzte, die man abbauen kann. So, Michi, komm, tank mal. Okay. Jetzt kann ich hier so seine Eier. Okay. Ist das ein Boss? Nachs. Hm, ja, eine Zweihandachs. Ich nehme einfach mit. Würde es ihr keiner benutzen. So, einfach mal Alex beschützen. Und, ist das irgendein Boss oder sowas, ne? Oder, keine Ahnung. Dann werde ich die ganzen Türen schon überprüft. Oder wie ist das? Ah ja, ich kann ja Türen aufmachen. Ich bin ja Schurke, ne? Aber lass es mal im Kreis. Das alles... Lass es mal im Kreis klären. Ja. Ey, ich sieh... Man sieht da auch Kollegen, wie sie machen bei denen, oder? Ne, man sieht keine Blödspläuten. Ich weiß gar nicht, die ich bin da oben. Achso, da ist noch einer. Oh, my God. Ey. Michi, du sollst das tanken. Du hast ein Schild. Ja, wenn er mich nicht anseht, was soll ich machen? Ich stehe doch vor ihm. Ich rückwärts geht. Oh, ein Deutschblast. Hier ist ein Schild. Ich bin rückwärts gegangen. Ich hatte Standbild. Ich hatte was zu Stand. Warum ist das so ein Problem? Was von der Grafikäranschirm spielst du? Ne Ahnung, oder nicht? Ich bin komplett auf episch. Ey. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich habe normal 60 auf Fährst. Ich habe auch immer... Ich habe auch 70, 80, 90, aber dann immer wieder kurz Standbild. Zwischendurch. Ja, kommt dran. Ich mache mal das Polyplay aus. Was ist das für ein Kämpfer oder Kleriker? Na ja, Michi ist Kämpfer. Ja, ich bin Kämpfer. Ich mache nur eine Kiste auf. Amor Rating 21, Moosepeed. Ja, das Ding ist aber... Ich habe jetzt... Ah, ne, doch. Krank der Heilung habe ich jetzt. Okay. Was ist das? 4, 5? Was ist denn für einander? Ah, ich habe auch eine Laterne. Stimmt ja, habe ich ganz vergessen. Oh, ich bin's nehmen. Wie kann ich jetzt diesen Krank benutzen? Wurfmesser? Ach, 4 ist das. Okay. Also, bist du fast drückt, Richard? Ah, okay. Ja, ja, aber ich habe jetzt einen Krank genommen. Ich muss... Habe mich jetzt hoch. Oh, hier kommt einer Bogenschütze oder... Ne, das ist ein Mager. Ich habe Schattel. Schattel. Ey, das geht nicht. Ich kann so nichts machen. Ja, Michi, dann mach den Scheiß... Alter. Junge, du bist Informatiker. Mach den Scheiß Taskman dann doch auf und guck, warum du Probleme hast. Anscheinend funktioniert es ja irgendwie nicht. Magieresistenz 25. War ja mal kurz nackig. So, haben wir schon einen ganzen... Ne, hier ist noch eine Kiste. Huah! Das ist eine Mimik! Das ist eine Mimik! Ich habe mich vor sein Geschissen. Oh mein Gott. Alter. Halt's den Maul. Jungs, vorsichtig, vorsichtig. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Hinter uns. Vorsicht. Ja, ich weiß. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin direkt 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 tot. Wo ist der Seamon? Der Seamon, der Seamon! Der Seamon! Da kommt der Seamon, ey. Ja, okay. Komplett. Ihr fickt einfach. Ich bin direkt tot. Ich bin direkt tot. Ich bin direkt tot. Ich bin direkt tot.